herz ist willkommen liebe leute zu dem video ja es ist wieder weihnachten und dem ersten zeit für mein weihnachtsgewinnspiel 2018 bevor es damals starte erst mal ganz kurz gesagt ich gebe leider immer noch leute vom letzten jahr vom gewinnspiel die preise nicht erhalten haben beispielsweise MrCookie mit diesem guten stück hier dazu sage es wird gesagt ich habe die endlich jetzt hier und werde sie direkt nach den weihnachtsfeiertagen lossecken und du wirst dein und du wirst dann bekommen und auch alle anderen preise die es heute zu gewinnen gibt habe ist von hier und werde ich nach den weihnachtsfeiertagen direkt versicken ja nun erst mal was gibt es überhaupt zu gewinnen was müsst ihr machen alles drum und dran also ich habe vier single games zum verlosen drei von nintendo switch ein game von 3ds und zwar einmal mario kart 8 deluxe dann super mario party und pokémon let's go evoli für die nintendo switch und luizis menschen das ersten teil im remake für die nintendo 3ds die in stafel und so jetzt ist es sieht verkehrt darum aus liegt daran wegen aller fest können deshalb bitte nicht wundern so diese drei games verlöse ist einzeln das preis es könnte vier gewinner geben was muss die machen also ihr schreibt hin welches als zwei games die ihr gerne haben wurde zum beispiel entweder mario kart oder super mario party jetzt mal als beispiel und dann schreibt sie hin welches euer lieblings nintendo switch spiel ist und wieso das muss keins von denen sein das muss nicht das bilder was er haben wollt ihr schreibt es hin welches euer lieblings nintendo switch spiel ist und darunter schreibt ihr welches von den vier spieljägern haben wurde die durfte als weihe aussuchen so und schreibt dann noch heißt der gewinnspiel unter allen kommentaren werden eben vier stück ausgelöst und die bekommen dann das spiel die vor allem voraussetzungen ist ich muss es irgendwie aufgehen wenn es überschneidet müssen wir dann die jeweiligen leute noch mal so neu losen dass es aufgeht zum beispiel werden jetzt zwei leute zufällig super mario kart und super mario party haben sollten dann wird gelost wer was bekommt als nächstes mal so dass irgendwie aufgeht das jetzt ist hier unabhängig wieder haben die was ein game bekommen nochmals gesagt was sie machen muss ist in die kommentare schreiben was euer lieblings nintendo switch spiel ist und ein bisschen argumentieren so wieso es euer lieblings spiel ist dann hinschreiben welcher von den vier gewinnen ihr gerne haben dürftet ihr dürft so als er gerne haben möchte die durfte als weistert um aussuchen also zwei konnte hinschreiben und bei spiel am allerliebsten hätte es gern mario kart 8 die lüks aber pokémon lässt korrekt auch und dann werde ich es probieren wenn zum beispiel kein anderer mario kart möchte und das setzt bei dem typen der gewonnen hat ein nächstes der liste wurde er mag hat acht auch bekommen wenn es da überschneidung geben sollte wird es irgendwie so regeln Prozent regeln dass das ausgeht dass halt wieder ein spiel kommt stopp das begriffen wie es funktioniert entnett wird der ganze spaß abend ich muss überlegen ja ihr habt nicht viel zeit damit zu machen ich werde es heute am 23. hochladen und entnett das ganze am zweiten weihnachtsfeiertag den 26. Dezember um 18 Uhr wird dieses gewinnspiel enden bis dahin werden dann die gewinner feststehen bis dahin habe deshalb mitzumachen einfach in die kommentare das rein posten es wird aber noch ein zweites gewinnspiel demnächst geben hier auf dem channel was allerdings eher über instagram und twitter gehen wird werdet ihr dann sehen kommt aber so erst hier wo also was herum das war es soweit mit dem ich hoffe es gefällt das ich habe das die das teils und teile übrigens eigener tasse gesalte teil habe es aber auch gesponsert bekommen herrlichen dank dafür und ja das sind die spiele die ihr eben dieses jahr bekommen könnt die liegen auch in alle hier ist es müssen nur noch versäckern und ja mit diesen tollen sachen hier bildern hier wort er war bedanke ist mir ganz herzlich beim zusamt von dem video steht auch noch mal alles in der videobeschreibung wie das funktioniert das gewinnspiel ist zeit den wollen sich aus viel glück macht's gut bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal und ciao Vielen Dank.